Es ist kein Kumpel der da ins Haus geht Wie viel Damage macht die Ka- lol Ich habe jetzt schon volle Waffenausrüstung Der Ka und ne M16A4 Bei mir ist jetzt erst Ich hab einen Der war ne arme Sau Weil der bei mir rein musste Haben auch noch einen Kill Der ist jetzt unten Komm lass mich durch Das sei egal Jetzt Jetzt Spam wir richten Jetzt Spam wir richten Jetzt Spam wir richten Oh Dass doch nicht alle jetzt aufsteigen Wer hat schon mal nicht gedacht Geht Oh Keiner der Tür Keiner der Tür Keiner der Tür Autos Ah ja, ich bin gefahren In dem Haus, wo du fährst? Einer muss ihn retten Ich bin tot Ist er wirklich ins Haus reingegangen? Hinter dir, außen Boah, konnte ich den verfehlen? Weiß ich auch nicht Das ist seltsam alles Nice Hast du ihn? Na ja? Du musst aber heilen Ich hab ihn totgevoxt Ne, warte ich mach Bandages oder hab ich keine Zeit mehr Aber ihr seid doch am Zirkel oder nicht? Hast du Smoke geworfen? Ne Du? Nein Oh nein Ja Ja Äh, Osten, Osten, Osten Wie viele? Einen hab ich gesehen Links von dir, wobei im Bild Link im Bild Außen in der Tür Da im Haus Hier? Ja, direkt an dem Haus Gegenüber Alter Auch nur ausgenockt Da ist noch was Du kommst, du kommst, du kommst, du kommst Du kommst, äh, 210 Grad Ja Ja, hier Rechts von Wova, Juli, rechts von Wova Die Flanke hat Wova ja, oder? Ja Naja, steh, ich seh dich Keine Ahnung Ich hoffe, dass der nicht links kommt Wova Naja, ich seh den doch, der rechts Ich bandage den nochmal kurz hoch Okay, jetzt links Hast du einen Gooster? Juli, push mal zu dem Nein Der war jetzt sofort tot Jaja Ah, das da da hin, das da da hin Was ist denn AA-12 mit dem du gegen gefehlt hast? Ich hab keine Ahnung Wo? Oh Gott Weg, weg, weg Wova nochmal Ja Ist einer in dem Haus bei dir drin? Nein Sauber Auf dem Neuschlechten, weiter weg Uh, ich hab ihn gesehen Es sind noch zwei oder drei Zone kommt auch Jetzt noch das Auto Da war ich schon die Tüten Hast du eigentlich die ganzen Typen gelootet, die ich umgebracht hab? Ja, keine Zeit hab Wo war der Push zum Stein? Die sind am Stein Einer down Ja 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 Das ist schwer wieder zu spray, ne Ja nicht mal hart Down Holste das Auto? Ich lute jetzt und dann fahren wir Auto, ne? Hörst du da oben? Ich seh 3 Leute schon mal laufen, genau Südwesten Das sind 3 Leute mindestens, laufen auf einem offenen Feld rum Wo hast du die K? Ich mette grad Die gucken auch schon wie wild da hinten, du Alter, wo gehen die Schüsse, wo die hingehen, das ist ja nicht feierlich Die sind auch ein bisschen weiter weg, ne? Wo sind die? Genau, Südwesten 400 Meter oder so Die Spieler Da unten im Kahl Vor euch, vor euch, vor euch links Nordwesten Wie close denn? Oh Gott Oh Oh Hinter, aus dem Haus Echt? Der Typ läuft weiter und ich glaube ich renne immer hinterher Ja, wo hab ich jetzt hingeschossen? Hä, wo denn jetzt genau da? Hier, linker Haus, dahinter liegen die Oh fuck Wo war voll hier, rennt der? Ja, der ist nach rechts gerannt Der unten dreht auch wieder Hat ne, hat nen Hit Hat nen Hit Hat noch nen Hit, ist da Zauber Ja, die sind rechts am Haus Die sind rechts am Haus Die sind rechts am Haus Ich hab noch einen links gesehen, glaube ich Hier ist da runter zu denen, lass den da runter, dann haben wir in Erdeckung Ja Ja Ich hab keine Wässe, kein Helm, alles tot, alles tot Was echt? Ja Und der Fall Und Feiermann hier Ich glaube Schuss Oha Ich hab Angst hier rein zu gehen Aber das ist eine der schönsten Gegenden hier mit dem Wurm Das ist echt schick gemacht Optisch Ich könnte ihn nur looten hier Ich doch Du hast zwei ja hin Ähm, noch was Äh, ja, Südwesten Südwesten Wo war War's? Der war doch Südwesten direkt War doch auch genau, der war auch genau drauf Man, Alter, wo war Wo war, hol den mit einem Schuss weg und ich Baller da vier drauf Ja, den davor hab ich aber genau zweimal getroffen, sofort Ja, das war besser Ja, wir müssen hier unten weiterlaufen Kompound kommt dann auch wieder von links Was Ich sehe einen Bevor du schießt, guck links hinter dir Straight Südwesten Die vom Haus müssen nur aufkommen Ja, eigentlich schon, aber ich Boah, die zielen auf mich Wer denn? Oh, von der Hütte, Juli Hinter dir Oh, in der Hütte In der Hütte, in der Hütte Tiefer Lockout Ein anderes Ding Du würdest mir jetzt sehen, dass das kein Hüt war, ja? Du würdest mir jetzt sehen, dass das kein Hüt war, ja? Oh Rutschbleiben, rutschbleiben, rutschbleiben Da ist noch einer, kommt noch einer Der eine ist hinter sich Einer läuft runter in den Wald Oben da und der lag Äh, sieht aus, die haben wir auch geschossen Sag mal, sag mal Juli Wieso steht der eigentlich so fein? Ich bin nicht beschossen, so wie der Das ist nicht sein, äh Das ist gegen den Boden Ich bin echt ne krasse Potato, Alter Umlauf den doch Hast du den noch nicht getötet? Das sind, da waren drei, Alter Ja, einer war Knockout Einer hab ich getötet Bootet Unten links, wo war ein Baum Das ist ja Da, genau wo du hinguckst Genau 210 Grad Sag mir das keiner Ja, pfff Einer ist links weg da rein, auf jeden Fall Ja, das könnte da sein Ist der Der ist nicht vom Baum weg, oder Terra? Ja, der Juckt dich wahrscheinlich Aber einer ist auch grade in die Zirkelmitte gelaufen Von der Richtung aus Durchs Wasser Bei Wowa durchs Bild Im Südwesten Das war der, das war der Da wurde er erschossen Da an der Seite Ihr habt noch vier Gegner Die bekriegen sich grad Südloss Einer ist vor uns, wo war Wo? Direkt vor euch Direkt vor euch Der andere ist von der Hausdecke, ne? Ja Weiter rechts noch irgendwo Rechts ist noch irgendwo was Genau Genau, genau von dem Haus ist er Genau Genau, genau von dem Haus ist er Wo war Rechts noch vom Haus, rechts noch Oh, einer ist noch da hinten auf dem Hügel Oh, einer ist noch da hinten auf dem Hügel Wo von wo? Hausdach, Hausdach Du kannst ins Wasser gehen Welches Hausdach genau? Hier links, wo der Wassertank ist Hier kannst mich wiederbeleben eigentlich Ja, bleibt doch da, bleibt doch stehen Von rechts ist doch einer Ja, wo war Ja, wo war Du musst ja hinter Juli vom Hausdach mit der Tür Link, weiter links gucken, weiter links gucken Ich hab ihn ausgenockt Ich hab ihn ausgenockt Geh nochmal weg Ja, geht auf Platzes hin 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 Oh Gott Was ist hier denn für Wasser, Junge? Ich kann mich nicht hinlegen, fuck Ja, witzig, witzig, witzig Das ist kein Armer, Alter Ich muss mich heilen Ich will mich Ich will mich Ja, dann heil dich doch Mach's doch mal lieber Weißt du, wir brauchen Benzin noch Ich hab noch Benzin dabei Rechts ist da auch noch einer am Baum, Juli, ne? Ich weiß Habt ihr den da oben nicht ausgenockt? Kann mich hier nicht ducken? Ja, oben hab ich den ausgenockt Habt ihr gerade gesagt, dass wir die Schüsse von da haben? Ja, dann ist der rechts tot Wenn da oben einer ausgenockt ist Ja, aber Ja Der links ist tot Die Zone, der kommt auch, wo war Huuuuhu Guck nochmal rechts, Juli, kurz Der ist rechts tot Ok Ok, ok Wer ja lebt denn dann noch? Oben in nem Haus, die beiden, die da gammeln Fuck, die Zone Ok, der hat den also wieder belebt Ok Was auf, dass ihr euch nicht auf den Kopf springt Ja, das Seiger treiben, oder? Das sind keine Seiger, aber nie mehr Ich war nicht hier rechts Ah, fuck Juli, du musst das leeren Du musst das leeren Der ist da links, siehst du? Der läuft dort dazuzu Wir ziehen die Garage rein rechts Er weiß ganz genau die ganze Zeit, wo ich bin Du hast noch zwei Gegner, einer glaub ich im Haus Kannst du hinter dir irgendwie Was ist hinter dir? Ja, das da Der steht auch genau da an der Ecke Ist das eine Granate oder ein Molotow? Ne, das dauert zu lange, Granate zu werden Aber Molotow ist ja richtig nett Ja, einer kann auf den Wohnwagen springen, gell? Die müssen aber auf mich zu Der ist in der Garage wahrscheinlich Yes 10 Kills Null Kills Aber 23 War die Zone so krass Ja, die haben sich halt gedamaged Und dann hat das nicht mehr die Zone geschafft, ne? Ja, die tun halt richtig weh, ne? Ja, ja Aber ich hatte jetzt echt Ich dachte, der holt mich, weil das ist so schwer Ich versteh's auch nicht Ich weiß auch nicht, keine Ahnung Weil der vielleicht hat ja rechts am Baum noch irgendwie Aber warum trennen die sich so, dass wenn einer rechts am Baum noch ist und der oben Vielleicht wieder zurück hinter das Haus